Schleise jetzt. Zunächst möchte ich euch auch eine Geschichte erzählen. Ich krieg dir eine E-Mail, und zwar aus der Türkei. Von jemandem, der dort im Krankenhaus lädt, aber Karten für heute hatte. Der liegt in Istanbul im Krankenhaus. Und ich fand die Geschichte, die er erzählt hat, so... Ja, berührend. Ich habe mich gebeten, heute jemandem hier einen Gruß zu senden. Und zwar einer gewissen Anne. Der Gruß kommt diesmal aus der Türkei. Und das Lied ist dann heute ganz besonders für dich. Ress Engel. Ich bin schon so oft gespannt. Ich bin schon so oft gestolpert, weil ein Stein im Leben war. 8-Mail. 5-Mail. 3-Mail. Verschlecht, damit die Welt den Licht entdeckt Denn dass da ein Engel ist, das war mir von Anfang an so klar Er war immer, ich einen brauchte, weil er hat Ich schaue, wenn die Zunge überschüttet Erzähl'n, was dahinter Überdünnen Eisglaufe Ohne, lass uns gleich zerbrechen Verschlecht, damit die Welt den Licht entdeckt Verschlecht, damit die Welt den Licht entdeckt Das war mir von Anfang an so klar Er war immer, ich einen brauchte, was du da hast Er war immer, ich einen brauchte, was du da hast Er hat mich über Вот, was du da hast Er hat mich über, was du da hast Ich bin ein Schöpfer, ich bin ein Schöpfer, ich bin ein Schöpfer. Ich bin der Und das ist ein Fisch, was du? Ja, 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 ja. Vielen Dank.